Ja, grüß Gott, ich bin der Franz von der Tiefentalalm, ich bin der Hirt und Wirte und ich möchte euch gerne über die Kaunergratrunde jetzt ein bisschen was erklären. Also die Kaunergratrunde ist eine fünftägige Wanderung im ursprünglichen Naturpark. Der Ausgangspunkt ist Naturparkhaus, Kaunergrat am Pillarsottel. Auf die fünf Etappen absolviert man da die 63 Kilometer und 5.500 Höhenmeter. Vor und nach der Wanderung werden Übernachtungen im Pitztal empfohlen. Auf den markierten Wegen wird auf Almen oder Schutzhütten übernachtet. Als Belohnung für die harte Wanderung erlebt man einsame Wege in unberührter Natur. Ebenso klare Bergseen, grüne Wiesen und urige Hütten. Ja, meine Aufgabe ist also erster Linie ein Hirt zu sein. Ich habe die Aufgabe, die Kühe und die Kälber alles für die Bauern zu betreuen. Ich sollte sie auch wieder in Herbst gesunder ins Tal bringen. Ja, ich hoffe, dass es euch jetzt ein bisschen was gefallen hat auf so einen Vortrag da von der Kaunergratrunde. Und ich kann euch nur empfehlen, die Kaunergratrunde zu machen. Und vielleicht sieht man sich einmal und wie ihr denkt.